Wussten Sie schon? Gebäude und der Bausektor erzeugen derzeit weltweit fast 40 Prozent der energiebedingten Treibhausgasemissionen. Wie wäre es, wenn Städte Kohlenstoff speichern könnten, anstatt ihn freizusetzen? Nun, wenn mehr Städte aus Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern gebaut würden, wäre das vielleicht möglich. Holz ist erneuerbar und speichert während seiner gesamten Lebensdauer Kohlenstoff, sodass er nicht in die Atmosphäre gelangt. Mit Holz gebaute Städte könnten zu Erweiterungen unserer Wälder werden und zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Gesunderhaltung unseres Planeten beitragen. Setzen Sie auf nachhaltiges Holz für Mensch und Umwelt. Untertitelung des ZDF, 2020